Bevor Markgraf Karl und Herzog Johann die böhmische Grenze erreicht hatten, erhielten sie einen Eilbrief des Bischofs Nikolaus von Trient, des der luxemburgischen Sache blind ergebenen. Er habe von den verschiedensten Gegenden des Landes anonyme Warnungen erhalten. Es gäre im Land. An der Spitze der Aufruhrbewegung stünden Chrétien von Taufers, Heinrich von Rottenburg, Albert von Andrion. Er rate den Fürsten dringend, mit ihren Truppen zurückzukehren. In Eilmärschen kehrten die Luxemburger um, fingen Albert von Andrion und Chrétien von Taufers in einem Hinterhalt. Der Aufstand war missglückt, ehe er ausgebrochen war. Die revolutionären Feudalherren krochen in ihre Burgen zurück. Keiner hatte von einem Protest gegen das luxemburgische Regiment etwas gewusst, geschweige denn von bewaffnetem Widerstand. Die eigentlichen Anstifter, Burgstall, Philanders, Schenner, waren von Anfang an zu klug gewesen, sich bloßzustellen. Wie Schnee im Sommer verschwanden die Aufständischen vor den luxemburgischen Truppen. Heinrich von Rottenburg entkam. Gute Freunde, um sich zu halten, lieferten ihn aus. Nachdem der Aufstand so rasch und mühelos erstickt war, hielt Maggraf Karl seinen weiteren Aufenthalt in Tirol für überflüssig. Er empfahl seinem Bruder und dem Bischof von Trient, die Mitläufer nicht zu verfolgen, aber die Führer rücksichtslos zu bestrafen. Legte verstärkte Besatzung nach Schloss Tirol in die wichtigsten Festungen, zog mit dem Rest der Truppen seinem Vater zu Hilfe nach Polen. Auf Schloss Sonnenburg bei Innsbruck saß der Bischof Nikolaus von Trient, hörte mit finsterer, beflissener Aufmerksamkeit das Protokoll, das der Sekretär des Herzogs Johann vorlas. Johann selber lehnte am Tisch, schaute mit kleinem, bösem, triumphierendem Lächeln auf den sitzenden, finsteren Prelaten. Ja, nun zeigte es sich, dass er Recht gehabt hatte. Der Bischof hatte es für unpolitisch gehalten und, wenn dann doch nichts herauskommen sollte, für geradezu schädlich. Aber er, Johann, hatte darauf bestanden, hatte sich kühn hinweggesetzt über so umständliche Bedenken. Was Bruder der Herzogin, was Blut vom angestammten Fürstenhaus. Ein Hochverräter war er, ein meineidiger Rebell, und er hatte über Albert von Andréon die Tortur verhängt. Ihm war der blonde, nette, fröhliche Mensch von je zu wieder gewesen. Ei, er hatte ihn immer gehasst, mit Margarete gegen ihn gezettelt, nur hatte man ihm nichts nachweisen können. Jetzt endlich konnte man ihn Gott sei Dank überführen und unschädlich machen. Der Herzog selber war dabei gestanden, als man den Gefangenen peinlich befragte. Den ersten Grad überstand er stumm und trotzig, man zog ihn, die Füße mit Bleikugeln beschwert, an den nach rückwärts gebundenen Händen hoch, ließ nieder, zog wieder hoch. Seine weiße, rosige Haut lief an, schwitzte, aber er schwieg. Auch die Daumenschrauben überstand er. Es knirschte, Blut spritzte, er brach sich, aber seine Heimlichkeit nicht mit. Erst als man ihn mit glühenden Zangen zwickte und mit Feuerbränden unter den Achseln kitzelte, bequemte er sich und wurde gesprächig. Und nun also hatte man das Protokoll. Ein gutes, kostbares Protokoll. Der Bischof zwar meinte, der Rottenburger sei ein sprudelnder Narr, Chrétien und Albert dumme Jungen, es müssten bessere Köpfe dahinter stecken und an die könne man trotz des Protokolls nicht heran. Aber jedenfalls hatte man es jetzt schwarz auf weiß, dass die Revolutionäre Margarete verständigt hatten, dass die Herzogin also mit im Komplott war. Der finstere Bischof fragte ironisch, ob Johann je daran gezweifelt habe. Der erwiderte, nein, aber er freue sich, den Beweis in der Hand zu haben. Er werde Margarete das Schriftstück ums Gesicht schlagen. Der Bischof fragte, ob er glaube, dass dadurch dem Haus Luxemburg großer Machtzuwachs erreicht sei. Bevor er nach Schloss Tirol ging, urteilte Johann die Führer der Verschwörung ab. Albert, verrenkt sich durch die Folterung, wurde seiner Lehen für verlustig erklärt. Nachdem ihn die Mönche von Wilden einigermaßen transportfähig gepflegt hätten, sollte er in ewiger Haft nach Böhmen gebracht werden. Den kleinen Heinrich von Rottenburg ließ Johann in Lumpen vor sich bringen, zerrte den gebundenen, geknebelten am Bart, schlug ihn auf beide Wangen, eröffnete dem unter seinem Knebel fauchenden, augenrollenden, dass nun auch seine beiden anderen Burgen zerstört, verbrannt und dem Erdboden gleichgemacht werden würden. Der Rottenburger selber wurde in einen Kerker nach Luxemburg geschafft, Chrétien nach Schloss Tirol mitgeführt. Der Herzog fand Margarete durchaus nicht so verzweifelt und zerknirscht, wie er erwartet hatte. Sie hockte in einer Ecke, in einer seltsamen, toten Müdigkeit. Johann hatte ein Gefühl, wie vor einer Schlange, die sattgefressen ist und sich nicht regt und keine Hoffnung und keine Furcht mehr kennt in ihrer gelähmten, apathischen Sattheit. Er klirrte auf und ab vor ihr, machte sich knabenhaft wichtig in seiner Rüstung, stieß Drohungen aus, unflätige Beschimpfungen. Sie solle sich nicht beifallen lassen, zu fliehen. Alle Gänge seien bewacht, Gräben, Tore, Mauern, dreifach besetzt. Sie dürfe ihr Zimmer nicht verlassen, auf Monate. Er werde sich sehr überlegen, wem er Zutritt zu ihr gestatte. Aber er kam mit seinen großen, bedrohlichen Worten durchaus nicht auf seine Rechnung. Margarete hörte mit lässiger, stumpfer Neugier zu. Man konnte ihr nicht beikommen. Es hätte durchaus keinen Sinn gehabt, sie zu schlagen oder anzuspeien, wie er es sich ausgemalt hatte. Er funkelte sie an mit seinen kleinen Wolfsaugen, aber er merkte, dass sein Toben und Wüten ziemlich künstlich blieb und ohne Eindruck. Enttäuscht zog er schließlich ab. Sie lag lange allein. Wie war sie leer und ausgehöhlt? Es war trüber, feuchter Tag. Sie fröstelte, wollte heizen lassen, schellte. Niemand kam. Sie schleppte sich zur Tür. Zwei Geharnischte traten ihr entgegen, streckten ohne Worte die Lanzen vor. Abend fahlte herein. Ein Mensch glitt in den Raum, stellte eine große, brennende Kerze auf den Tisch, merkwürdig lautlos, ein verhülltes daneben und eine Buchrolle und glitt ebenso stumm wieder hinaus. Margarete fröstelte stärker, blinzelte in die flackernde Kerze, schleifte sich schließlich heran an das Licht, wärmte die klammen Hände an der Kerze. Die Buchrolle waren Kapitel aus der Schrift. Aus dem Verhüllten stieg ein fauliger, süßlicher Geruch auf. Gezogen fast und wider Willen zerrte sie an dem Tuch. Es öffnete sich. Fäden, braune Fäden. Nein, das war Menschenhaar, langes Kastanienbraunes, eine Stirn darunter. Dies war ein abgeschlagener Kopf. Vergraust warf sie es zurück. Kretiens Kopf starrte sie an aus verglasten Augen. Er lag schräg da, die starke Nase stach spitz aus dem Tuch, Mund und Kinn waren noch verhüllt. Der Gaumen wurde ihr trocken. Sie atmete wild, in kaltem Schweiß, drückte sich in den Winkel, röchelnd, stierte auf den Kopf, den das Licht flackrig, willkürlich und lächerlich verzerrte. schloss die Augen, rötlich tanzte vor ihr die Nacht. Es zwang sie, wieder auf den Kopf zu stieren. Gut wäre es, wenn diese Kerze tot wäre und ihr irrsinniges Geflacker. Man müsste sie auslöschen, aber sie konnte nicht auf. Hatte sie denn Angst? Nein, sie hat nicht Angst. Sie ist ihr Herzogen, wenn man sie belauert durch ein Loch in der Tür. Sie steht auf, Kopf starr geradeaus, mit seltsam gespreizten Gliedern stellt sie zu dem Tisch, schlägt die Kerze aus, sagt hin. Liegt eine Weile steif, spürt wohlig fast die Kälte und nichts sonst. Dann fängt die Nacht wieder an zu tanzen und zu zucken. Der Kopf zuckt in ihr hin und her, wird endlos lang und schmal. Die mageren, bräunlichen Wangen schillern giftig, bläulich gelb und jedes dieser schmutzigen, schwärzlichen Flaumhaare sticht nach ihr. Die toten Augen klappen auf und zu in der Nacht. Sie sind ganz ohne Ausdruck, wie von einem toten Tier. Oh, wenn es Tag wäre! Es wäre besser gewesen, die Kerze nicht tot zu machen. Jetzt liegt die Nacht so schwer und plump auf ihr, wie eine grobe, erstickende Decke. Man liegt in dieser Nacht wie in einem Sarg und der tote Krater klappt seine sinnlosen Augen auf und zu. Er ist hässlich. Das hässlichste Lebendige ist nicht so hässlich wie ein Totes. Nein, es ist ihm nicht gut bekommen, dass er sie hat betrügen wollen. Die Schöne hat jetzt auch nicht viel von ihm. Mit einem Mann ohne Kopf lässt sich kein Start machen. Er hat andere mitgerissen. Armer Albert, lieber, gutmütiger, freundhafter Bruder. Er war so harmlos und kameradschaftlich. Sicher hat er nur mitgetan, um kein Spaßverderber zu sein. Jetzt ist er kahl und bloß und verrenkt und im Kerker. Der frische, lustige Junge, der er war. Aber Chrétien war doch anders. Das kühne, magere, bräunliche Gesicht. Sie wird keine Furcht mehr haben vor dem toten Kopf. Sie wird ihn lang und genau anschauen. Und Chrétien wird ihr gehören, nicht der Schönen. Tag sollte es sein, dass sie ihn sehen kann. Die dummen Gedichte des Herrn von Schenner singen, immer von der Herrlichkeit der Nacht und dass die Nacht der Liebe gehöre und verwünschen den Tag, dass er fernbleiben möge. Unsinn! Ihre Zeit ist der Tag. Herauftag! Schenk mir meinen toten Freund, der mir gehört. Tag! Doch als der Tag heraufkroch und um den toten Kopf das erste graue Licht war, lag sie überschauert mit geschlossenen Augen im Fieber. Nach zwei Monaten strenger Überwachung erhielt sie Erlaubnis, für einige Tage nach dem Klosterfrauen-Chiemsee zu reisen zu ihrer Krankenschwester Adelheit. Sie fand das krüppelhafte Mädchen scheu und unzugänglich wie immer. Margarete war bis aufs Letzte ausgeschöpft. Sie aß, trank, ging herum, beugte in der Klosterkirche das Knie wie die Nonnen, nahm und gab Gruß und Rede und Gegenrede. Sie war jung und alt wie die Welt. Sie war viel älter und erfahrener als die welke, milde Äbtissin, wusste viel besser als diese, dass alles eitel war und haschen nach Wind. Der betuliche Abt von Ficktrink kam zu Besuch. Er war den Luxemburgern nie sehr Freund gewesen. König Johann galt ihm als Spötter und Freigeist, darum auch hatte ihn der Herr mit Blindheit geschlagen und erfreute sich, dass Margarete sich gegen sie erhoben hatte. Er sprach in seiner rätseligen Manie viel in sie hinein, häufte Zitate, doch sie blieb wortkarg. Sie saß mit der Äbtissin lange Stunden am Ufer der winzigen Insel, schaute über den blassen, hellen See. Das Wasser gluckste träge im Schilf und stille, fahle Sonne war. Weit draußen lag ein Fischer in seinem plumpen, altertümlichen Kahn. Die Äbtissin schaute sie aufmerksam an, streichelte ihre dicklichen, jetzt nicht geschminkten Hände. »Junge Herzogin«, sagte sie mit ihrer welken, milden, wissenden Stimme. »Junge Herzogin«, »Jung«, fragte Margarete zurück, so müde, dass es nicht einmal bitter klang. »Jung«, »Sie sind zehnmal jünger als ich, hochwürdige Frau«. Die Äbtissin sagte, »Ein Baum ist nicht tot, auch wenn er im Winter kalt steht.« Und ferner sagte sie, »Es gibt nichts Schmerzhafteres, aber auch nichts Wohligeres, als wenn man erstarrt wieder ins Leben zurückkehrt.« Auch sagte sie, »Sie sollten mit den Nonnen singen, junge Herzogin!« »Jun131, schluss der Skalinar«.